Die Zeit hier in Rindleton Bay vergeht wie im Flug und Ruby steht schon kurz vor ihrem ersten Schultag. Und nun beginnt sie Fragen zu stellen, die Livia zurück in ihre Vergangenheit katapultieren. Was bisher geschah? Unsere Geschichte begann mit Livia als schwangerer Teenagerin, die vor ihrem Vampirex-Freund flüchten musste. Auch wenn sie die Gefahr anfangs nicht ganz erkannte, wurde ihr der Ernst der Lage schnell bewusst. Er wollte ein Ehe gemeinsames Kind Ruby und schreckte dabei auch nicht vor Gewalt zurück. Dies kostete ihrer Freundin Sora das Leben. Daraufhin hielten sich Livia und Ruby in einer geheimen Höhle versteckt, bis Livia erfuhr, dass sie wieder schwanger war. Und zwar von ihrer verstorbenen Wehrwolf-Freundin Sora. Zum Glück hatte sie diesmal Verbündete an ihrer Seite. Soras Bruder Rylan und ihre gesamte Wehrwolf-Familie verhalfen ihr zu einem neuen Zuhause. Livia verwarf ihr komplettes altes Leben, denn hier in Rindleton Bay musste ein Neuanfang her. Kurz nach ihrer Ankunft kam dann auch ihre zweite Tochter Akira zur Welt. Die Jahre voller Windeln und Babygeschrei zogen nur so an ihr vorbei. Doch nun steht ihre älteste Tochter Ruby kurz vor ihrem ersten Schultag und beginnt Fragen zu stellen, die Livia direkt in ihre Vergangenheit zurückkatapultieren. Das ist der elfte Part meiner Okkult-Baby-Challenge und seit dem letzten Part sind einige Jahre vergangen. Rubys erster Schultag steht vor der Tür und außerdem beginnt sie unangenehme Fragen zu stellen. Welche Fragen sie stellt und was überhaupt los ist, erfahren wir gleich. Heute haben wir Donnerstag früh und Livia und ihre Tochter Ruby sind gerade dabei zu frühstücken. Rubys Geburtstag ist auch heute, deswegen hat Livia etwas Besonderes gekocht. Hier in der Küche steht außerdem schon der Geburtstagskuchen bereit. Livias zweite Tochter Akira, die ist noch am Schlafen. Und wie ihr seht, Akira hat jetzt auch einen zweiten Namen und zwar heißt sie Akira Maya. Das hat die liebe Humpja vorgeschlagen, Maya ist nämlich ein Charakter aus Shadowhunters. Danke für deinen Vorschlag. Die Familie hat sich mittlerweile im Brindleton Bay schon sehr gut eingelebt. Livia arbeitet nach wie vor als Barista und jede freie Minute verbringt sie natürlich mit ihren beiden Töchtern. Und eines ist ihr natürlich am wichtigsten, hier in Brindleton Bay gibt es keine bösen Vampire. In der Zwischenzeit ist unsere Livia auch zu jungen Erwachsenen geworden. Ich habe ihr jetzt das Merkmal Familienbewusst dazu gegeben. Ich finde das passt sehr gut zu ihr, da sie eben alles versucht, um ihre Töchter zu beschützen. Außerdem musste ich für sie ein neues Bestreben wählen. Ich habe hier jetzt einfach mal Supermutter ausgewählt, aber das werden wir vermutlich nicht beibehalten. Denn ich möchte das nur haben, solange bis wir uns entschieden haben, in welches okkulte Wesen Livia sich verwandeln wird. Denn wenn wir sagen, dass Livia ein Werwolf wird, dann könnten wir hier das Lykanthropie-Bestreben nehmen. Oder sie wird zum Vampir und wir geben ihr Meistervampirin. Oder sie wird zur Hexe und wir geben ihr Zauberkunst und Hexerei. Das hängt natürlich davon ab, wie unsere Geschichte weitergeht. Falls du da aber eine andere Idee hast, lass sie mir sehr gerne in den Kommentaren da. Und während Livia ihrer Tochter beim Spielen zusieht, klingelt plötzlich ihr Handy. Und sie bekommt eine SMS von einer unbekannten Nummer. Ich habe deine Nummer von einem Freund. Bitte melde dich, wir müssen uns treffen. Mach dir keine Sorgen, die Blutsauger wissen nicht, wo du bist. Mir und den anderen geht es gut. Du bist nicht die Einzige mit übernatürlichen Beschützern. Dein Ivo. Livia weiß jetzt natürlich nicht, wie sie diese Nachricht interpretieren soll. Denn im Gegensatz zu uns, weiß sie noch nicht, dass Ivo in Verbindung mit Wehrwölfen steht. Wir haben im letzten Part nämlich eine spannende Verbindung herausgefunden. Livias ältester Bruder ist Ivo. Ivo ist verheiratet mit Stephen Sigworth. Und der Bruder von Stephen ist Patrick. Und Patrick ist wiederum mit Rory verheiratet. Und Rory ist ein Wehrwolf. Und jetzt steht sie natürlich vor einer großen Entscheidung. Soll sie die Nachricht beantworten und sich mit ihrem Bruder Ivo treffen? Oder stecken dahinter möglicherweise doch die Vampire? Was meinst du? Aber an diesem besonderen Tag für ihre Tochter hat Livia natürlich keine Zeit, sich mit dem Rest ihrer Familie zu beschäftigen. Deshalb wird sie jetzt gleich ihrer Tochter dabei helfen, die Geburtstagskerzen auszublasen. Alles Gute zum Geburtstag, Ruby. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht. Ruby Victoria ist älter geworden. Sie war ein anhängliches Kleinkind. Da ich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung sie geht, werde ich einfach dreimal hier draufklicken. Und sie ist ein Bücherwurm. Diese Sims erhalten mächtige Stimmungen, wenn sie Bücher analysieren. Und sie können auf einzigartige Weise über Bücher reden. Dann geben wir ihr als Bestreben am besten kreatives Genie. Aber schauen wir am besten gleich mal, wie sie nach dem Umstyling aussieht. Hier haben wir Ruby, unsere kleine Vampirin. Das ist ihr Alltagsoutfit. Hier haben wir die Abendkleidung, die Sportkleidung, Schlafkleidung, Partykleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetteroutfit. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kindesalter für unsere Ruby nicht allzu leicht werden wird. Und sie deshalb ein Buch nach dem anderen verschlingt, weil sie bei Gleichaltrigen nicht so viel Anschluss findet. Immerhin ist sie ein Vampir und auch wenn ihre Schulkameraden das zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen, finden sie es natürlich ein bisschen merkwürdig, dass sie so selten in die Sonne geht, dass sie so wenig isst, dass sie so einen fahlen Hautsohn hat. Sie merken einfach, da stimmt etwas nicht. Und Ruby bemerkt das natürlich auch und das wird ihr ganz schön zu schaffen machen. Und weil Ruby und Livia beide noch Hunger haben, können die beiden gleich mal ein Stück des Geburtstagsbuchens nehmen. Ich weiß übrigens auch nicht, seit wann Livia so gut kochen kann, aber sie hat einfach Kochen Level 6. Und danach werden die beiden jetzt gleich mal hier nach oben gehen, denn Livia hat für ihre Tochter natürlich eine kleine Überraschung. Ohne dass Ruby etwas bemerkt hat, hat Livia ihr nämlich ein komplettes Zimmer eingerichtet. Hier darf unsere Ruby jetzt leben. Und sie spielt jetzt schon hier draußen mit dem Puppenhaus. Wie süß ist das? Livia wird jetzt auch nicht aufräumen, sondern sie wird mit ihrer Tochter gemeinsam mit den Puppen spielen. Immerhin ist es ihr Geburtstag und deshalb verdient sie natürlich volle Aufmerksamkeit von ihrer Mutter. Und plötzlich fragt Ruby ihre Mutter, Mama, wieso feiern wir eigentlich nur zu zweit? Und Livia versteht jetzt nicht genau, was sie meint und fragt, ja, mit wem möchtest du denn sonst deinen Geburtstag feiern? In allen Büchern und allen Filmen sehe ich immer so große Familien, aber wir sind nur zu zweit. Und darauf weiß Livia natürlich nicht genau, was sie sagen soll. Sie möchte Ruby nicht anlügen, aber die Wahrheit kann sie auch nicht sagen. Deshalb meint sie einfach nur, ich werde dir alles irgendwann erzählen. Aber jetzt ist es noch zu früh. Und so wurde Livia wieder einmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Aber nun muss sie sich um ihre andere Tochter kümmern. Die kleine Akira hat den ganzen Tag geschlafen und wird einfach schon wieder müde. Aber nun haben wir auch schon 21 Uhr, dann kann sie gleich mal Ruby ins Bett bringen. Ruby hat hier unten tatsächlich aufgeräumt. Und dieses Kind ist ein Engel. Ich bin wirklich sehr froh, dass sie zumindest charakterlich eher nach ihrer Mutter kommt, als nach ihrem bösen Vater. Für alle, die es vergessen haben, Rubys Vater ist der böse Vampir Marvin, der tatsächlich Livia's Ex-Freundin, nämlich Zora, auf dem Gewissen hat. Und Zora ist die Mutter von Akira. Das ist alles ein wenig dramatisch und kompliziert, aber so ist eben dieses Let's Play. Und jetzt hat Livia Ruby ins Bett gebracht und dann wird sie auch noch die kleine Akira ins Bett bringen. Eigentlich ist sie selbst auch schon müde, aber bevor sie jetzt schlafen geht, macht sie etwas, was sie schon sehr lange nicht mehr gemacht hat. Sie wird ihrem geheimen Keller einen Besuch abstatten. Ich habe hier jetzt noch eine Geheimtür eingebaut, damit Ruby und auch kein anderes Sim draufkommen, was sich hier unten befindet. Und Livia wird jetzt hier runtergehen und als erstes Mal um Zora trauern. Und jetzt kommt natürlich alles wieder hoch und sie fühlt sich wieder sehr traurig. Und mit der Trauer kommt natürlich auch die Wut wieder hoch. Deshalb wird sie jetzt hier etwas lesen und über das okkulte Leben weiter recherchieren. Bevor wir nach Brindleton Bay gezogen sind, war Livia ja auf einem kurzen Absticher im Reich der Magie. Dort hat sie die Welt der Hexen und Zauberer ein wenig näher kennengelernt. Jedoch war das vor ihrem Umstyling. Das heißt, dort dürfte sie natürlich niemand mehr wiedererkennen. Und es wäre natürlich auch ein wenig riskant, dort jetzt plötzlich als blonde Livia wieder aufzutauchen. Und jetzt ist sie an einem Kapitel angelangt, das ihr bekannt vorkommt. Denn sie liest wieder über mehr Sims. Eigentlich hatte sie das Thema mehr Sims schon abgehakt. Denn die meisten mehr Sims leben in Sulani. Und dort hält sich auch ihr Bruder Orin meistens auf. Beziehungsweise vielleicht lebt er auch schon dort. Sie hat ja absolut keine Ahnung. Aber nun ist ja auch noch jemand anders eingefallen. Nämlich Jonas Collette. Jonas Collette war ihr bester Freund in der Schulzeit. Und nebenbei auch noch Kind der Inseln. Sie haben sich jetzt natürlich auch schon Jahre nicht mehr gesehen. Und er würde sie blond auch niemals erkennen. Aber sie weiß natürlich jede Menge Dinge über ihn. Das heißt, sie könnte sich ihm ziemlich einfach wieder annähern und eine andere Identität vorspielen. Was meint ihr? Soll sie zurück in die Magierwelt? Oder sollen wir die mehr Sims, beziehungsweise ihren alten Highschool-Freund wieder ins Let's Play mit einbringen? Früher oder später wird vermutlich beides passieren. Aber womit sollen wir beginnen? Das heißt, das war es so, dass die Magierwelt so anziehen. Und zwar ist auch das schon ganz ungefähr gut. Aber nein, also sind wir ge NYLEOTH-